ich glaube nur der arc furnace hat noch immer so viel strom gefressen oder keine ahnung aber auch hier der elektroanalyzer der frisst auch haufen strom der ist glaube ich schon abgegaldet also der ganze block unten ist generell schon abgegaldet gerade nicht fluid dachs sind hier ja das sind die die ich was verwende also unten verbaut kann ich das dritte windrad denn anschließen hast du denn so ein ding was meinst du mit dings ich hab genug energiekabel warte ich komm mal kurz hoch ach so ja da kannst du machen da kannst du machen ich dachte oben oben hab ich keine ahnung ob nee weil das was hier ist da ist noch gar keine windräder dran da musst du mal hochkommen wir haben hier oben nur drei windräder verbaut erst mal ja aber wo sind die denn da und das was hier das ist genau das was jetzt nicht angeschlossen ist die anderen müsstest du jetzt so verbunden haben also ich muss halt noch weitermachen ja jetzt verliert er wenigstens auch mal ein bisschen eine heftige powerzelle es ging einfach nur wirklich nicht von der energiemasse her kannst du den elektrolyzer mal verwenden irgendwann in nähere zukunft und sagen ob der jetzt unendlich strom hat oder genug strom wäre hilfreich verliert kein strom abgesehen von der tatsache das wahrscheinlich warum doch die machen was aber die haben kein strom mehr das hier hat kein strom mehr das ist nicht verbunden nein hier nach oben muss noch eins das ding ja von der display stand ist nicht verbunden der braucht strom jetzt jetzt wird auch weitergebrutzelt hier da bist du den marvel auch wieder ein ich habe alles im inventar an marvel entschuldigt mich im moment ja jetzt geht sie raus meine güte ich müsste der und auch wieder aufgefüllt werden oder der hat immer noch zu wenig also es geht schon mal schneller aber die power zu oben hält nicht mehr lange durch sollte erst einmal nicht hatten kein problem darstellen aber es hat sich gebessert nächste maschine hier hinten fertig und welche denn stronger ich brauche naja ne fertig aufgebaut die maschine scheiße es fehlt doch noch was 2467 ich brauche noch mal vier stück das reicht doch schon wieder alles hinten und vor ich darf schon wieder wie ein forst eisen herstellen das nervt gerade das brauchst du gerade und äh was ach bin ich bescheu ich schaue da aluminium rein das 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 silikon ist fertig das kommt hier mit rein ich stelle nämlich gerade ein stack zirken ich stelle nämlich gerade ein stack zirken i dinger her ich bin auch gerade am überlegen aber ich mich an dieses modular storage dran machen oder nicht und das ist eine jahresquest kannst du gerne machen ich mache dafür dann später die äh 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 nein es müsste auch eine normale kiste gehen naja wechsel gerade aber ich dachte gerade ne ich mache dafür die äh voidmänner dann später ö äh 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 blathes eisen das macht gold Dann haben wir den da. Dann wird's da um... Das da. So, schon mal den da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Was? Keine Sorge, kannst du noch nicht abholen. Okay. Das ist wieder ein Bug. Immer noch Aluminium im Inventar. Ich hab doch alles rausgeschmissen. Muss ich den Scheiß kapieren? Und da endet das schon wieder. Hast du noch einen Apparel? Nein. Ja, dann endet das hier schon wieder. Ich geh mal runter in die Mob fahren. Ja. 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 Und hier ist leider kein Emergency. Achso, kann ich doch gleich mal ein Eimer Wasser mitnehmen hier. Äää, da sind meine Eimer. So, der Industrialkrinder wäre auch fertig aufgebaut. Wie gesagt, ich würde mich gerne darüber freuen, wenn du alles für ein Machine Frame in näherer Zukunft baust. Was für ein Machine Frame? Advanced? Normaler. Aber ja, nicht von der Mod, die du gerade denkst, glaube ich. Ich schaue gleich nach, was das ist. Ich bin gerade nur von Mops gelagert. Machine Frame. Afford Refined Storage. Warte. Die Machine Frame. Add Refined Storage. Controller. Machine Casing. Hier gibt es keinen Machine Frame. Ach, vergiss das vorhin. Turbo Expansion. Entschuldigung. Ich habe mich verschaut. Ne, Tech Reborn, Tech Reborn. Junge ey, was ist hier? FF Tools. Ja, wie viele denn noch? Warte mal, von welcher Mod? Thermal Expansions. Head to Thermal Expansions. Geht es mich verarschen, mir wird hier einfach nichts angezeigt. Machine Frame. Ja, F Tools, Tech Reborn, Tech Reborn, Tech Reborn, Thermal Expansions. Da. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich das Upgrade gemacht habe. Aus dem Molten Stil, Molten Latex. Dann viel Spaß beim Stahl herstellen. Ah, ich hab zwar in der Fall. Nie Stahl herstellen. Du brauchst flüssig Stahl. Das ist nämlich mein Problem, die ganzen Upgrades dafür. Für den EFAP und so weiter. Ja, das ist, glaube ich, eher mein Problem. Titanium Platten, ja, da brauchen wir mal wieder Bauxit. Und echt schon wieder Rohstoffe? Kann es sein, dass ich, ja gut, Bauxit kriegen wir auch nicht mal auf der Höhe. Wo ich jetzt schon fahre, oder? Du, nee, ähm, ich bin da vorhin auch über irren schlank gerein und hab da Höhlen abgeklappert. So, warte mal. Kann ich jetzt einfach kurz. Das Kupfer dann auch nicht mal. Und Bauxit kriegst du auch nirgendwo als Nebenprodukt raus. Das ist ja ein bisschen scheiße. Bauxit war vorher immer das Produkt, was kein Schwein brauchte. Beides kann man unter und schlank legen, alles. Sieht das ein bisschen besser aus. Es ist ja ein bisschen besser aus. Jetzt kommt jetzt hier mal da. Aber auch immer noch mal da. Tö, 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 tö. 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 Ich kann dir bei dem Bauxite jetzt schon sagen, dass das nicht reicht, aber ich habe erst mal drei Stück. Wie viel? Drei. Das sind sechs, das? Ach, das kann ich nicht, da kriege ich nicht einmal Titanium raus. Nee, ich nicht nicht. Gibt es vielleicht noch eine kostengünstigere Methode, Titanium herzustellen? Nein. Gibt es leider nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe mal die Hardenet Flut Ducks, die jetzt noch übrig waren, verbaut und die zwei Maschinen, die ich fertig gebaut hatte, angeschlossen. Weil da drinnen können wir jetzt zum Beispiel Tanks herstellen. Was wollte ich jetzt überhaupt brauchen? Ach, Remote Storage. Das und... Oh, ja, da läuft ein bisschen voll. So, hier haben wir auch wieder 24 Stück, jetzt habe ich wieder 53 Electronic Circuits, sehr schön. Was ist das denn? Ist das ja kein Eisen? Titanium. Hast du schon Quarz Enriched Iron? Nee. Ich brauche nämlich dafür... Ach du Scheiße. Molten Luminium und Sludge im E-Fab wohlbemerkt. Ja gut, das war es erstmal für zwei Jahre. Ich bin warm. Ja. Mach das, mach das. Boah, wie schnell die Drills auf immer voll laufen. Und die Ringe, geil. Die Drills und die Ringe? Ach so, ja. Hat sich gelohnt, ein bisschen was zu investieren. Ja. So, du wolltest, dass ich das mal. Da brauche ich Titanium. Ich brauche Leim, Glas oder kann ich jedes x-beliebige? Wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Tank. Ich baue jetzt erstmal einen Tank für Stahl, würde ich sagen. Et evap. Ich baue aber einen Standard Tank. Äh, was war das andere? Ich brauche irgendeinen Eisen-Dings. Ich stelle gleich ein paar Tanks mehr her, wenn ich schon dabei bin. Wenn ich schon einmal dabei bin, können wir das auch machen. Iron Gear. Vier Stück. Kann man eigentlich die Rüstung wieder einschmelzen, wenn die repariert ist? Ich glaube, das geht nur mit dem Amory-Upgrade von Tinkers. Warte, ich teste. Ne, geht nicht. Da landen die gleich im Mülleimer. Ähm, ich brauche sechs Stück. Ne, vier. Also vier mal vier sind 16. Vier mal vier sind 16. Das ist kein Eimer voll mehr. Kein Müll. Müll, 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 Müll. Latex ist wieder randvoll. Das gefällt mir. Tunksten, genau. Wo haben wir es denn? Andere haben wir es überhaupt noch. Mhm, Tankstendast. Aber das geht nicht in den Maschinen, die ich hier aufgebaut habe. Da brauchen wir irgendeine andere. Achso, Rubine, Saphire und sowas. Ähm, alles in den Crusher mitwerfen. Aus dem Dust kriegen wir, äh, wiederum andere Sachen raus. Wie Magnesium. Aus Bauxit Dust zum Beispiel, äh, Titanium und so weiter. Das, 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 da hin. Die zwei wieder da hin. Aluminium Pulver da hin. Und das erste Mal hier. Komm her, blöder Enderman. So, so, so. Genau. Grinder 2 Electric Bougalo. Wirst du mich verarschen? Ich habe das... Ich hätte die ganze Zeit eine Quest fertig machen können. Aber weil ich die Dinger gleich verbaut habe, wertet der das nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich muss... Ach, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Muss ich den da wieder neu herstellen. Ja, muss ich auch penibel darauf achten, ob er es erkannt hat oder nicht. Ja, und ich habe gerade Blöcke abgebaut, die ich hätte nicht so abbauen, sondern mit einer Branch abbauen müssen. Oh, nice. Jetzt darf ich schon wieder einen Haufen Refight Iron verballern. 9, 18, 27, 47, 54 Stück darf ich herstellen. Da bin ich ziemlich verarschen. Zum Glück stelle ich gerade mal ein bisschen On-Mass Refight Iron her. Wo ist der Kacke in der Manager wieder? Oh, jetzt ist er ganz weg. Oh, ich höre dich. Ich höre dich doch. Ich höre dich doch. Ich höre dich doch. Leck? Nee. Dann war er einfach nur blöd. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal.